Servus Freunde der Klemmbausteine und damit herzlich willkommen zu Türchen Nummer 6 aus dem Harry Potter Adventskalender. Nikolaus, mal gucken. Der sechste. Wo haben wir ihn da? Da haben wir ihn ja. Da haben wir eine Minifigur drin. Da haben wir eine Minifigur drin. Ich werde verrückt. Das ist doch nicht etwa... Ist das Ron Weasley? Das könnte... Ne, das ist nicht Ron. Das soll nicht Ron nachstellen, habe ich das gesehen. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht Ron, sondern... Wie heißt der hier der Sohn von den... Ich weiß es gar nicht. Heißt der Dudley? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, oder die Vermutung kommt daher, man hat hier auch wieder ein zweiseitiges Gesicht. Gehe ich davon aus, komme ich auf den Entschluss, weil dem hinten so ein Mäuseschwanz dran gemacht wurde. Und wer den Film kennt, weiß, dass Hagrid ja dann, weil der den Kuchen frisst, ergibt jetzt auch wieder so ein bisschen Sinn von der Thematik her, dann entsprechend eben hier den ja mit dem Regenschirm, also mit seinem Zauberstab-Regenschirm, dann eben da so einen Mäuseschwanz hinten dran zaubert. Könnte Sinn ergeben soweit. Mir fällt gerade der Name nicht exakt genau ein, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich bin aber beim Namen merken sowieso nicht gut. Aber das passt auch wieder zur Geschichte. Also es könnte wirklich sein, dass wir hier den ersten Tank-O-Wert durchspielen. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja auch heute... oder nicht heute, aber vielleicht kommen wir ja in diesem Kalender auch noch in Hogwarts an irgendwann. Das wäre wünschenswert. Und dann sehen wir uns morgen zum siebten Türchen wieder.